Ich bin jetzt nach ca. 30 Kilometern hier in Plankenstein angekommen. Dies ist das Ende oder wie man auch will der Anfang vom Rennsteig, aber noch lange nicht das Ende meiner Tour. Jetzt geht es weiter auf den Saaleradweg. Mal sehen, was mein nächster Halt wird. Ich bin jetzt auf dem Saaleradweg und habe jetzt Plankenstein hinter mir gelassen. Mein Fäden, was ich noch so schön finde für euch. Ich bin jetzt auf dem Saaleradweg. Ich bin jetzt auf dem Saaleradweg. Ich bin jetzt nach Burg angekommen. Hier hinter mir seht ihr die Saale. Und hier drüben liegt mein Schlossburg. Ich bin hier hoch auf diese Autosysteme gegangen und der ist auf jeden Fall wie hochwertig, wenn ich mal hier ist. Der Ausblick ist einfach... Ich schau gleich was aus. ...